Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Mein Name ist Melek und wir sind wieder zurück bei Resident Evil 4, dem Remake. Wir müssen hier den Gully runter oder so. Los geht's. Einmal bitte Licht, sonst sehe ich nichts. Oh, ich brauche scheinbar gar kein Licht. Ein unterirdischer Gang. Wir müssen in die Kirche rein, aber das ist leider nicht so leicht, wie wir gerne es wollen würden. Vielleicht führt der Weg jetzt tatsächlich sogar zum Seeufer oder so. Denn etwas anderes ist nicht geplant gerade. Geht hier das Tor auf? Ah. Sehr gut, hier konnten wir anfangs nicht durch. Seht ihr das? Krass. Und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gern ein Abo und ein Like da für dieses geile Projekt. Das ist ein so geiles Spiel und ich weiß nicht, wie spät es ist. Es ist... 1.58 Uhr morgens, mehr oder weniger. Ich suchte das schon die ganze Zeit. Lago. Da müssen wir hin. So ein geiles Spiel, wirklich. Ich kann es echt nur empfehlen. Kauft euch das. Wohin müssen wir überhaupt? Runter? Digga. Oh, jetzt kriegen wir einen Besuch, ne? Wir kriegen anscheinend Besuch. Ich werde jetzt hier ein bisschen Vollstisch spielen. Ja, kommt mal her, Kollege. Oh, hi. Digga, der springt runter oder was? Warte, ich habe eine andere Idee. Hier. Jawohl. Verbrennt, ihr Ekligen. Oh, einfach draufgehauen. Äh, draufgeschossen. Einfach hier auf die Truhe. Äh, Truhe, sag ich. Oh, ho, 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 ho. Denkst du, denkst du, du packst mich oder so, du Ekliger? Na, du Ekliger? Jetzt, komm. Sorry, keine Absicht. Ja, war auch nicht Absicht. Ihr könnt ruhig... Ihr könnt alle. Gar kein Problem. Ihr könnt alle kommen. Ich werde den Bolzenwerfer nutzen, safe Der Bolzenwerfer Was wäre denn das? Ach, ne Vipern hier, ey Woll, ey Die kommen, ich weiß nicht, woher die kommen manchmal, ne So, wartet mal kurz, ich möchte hier noch was herstellen Und zwar möchte ich hier Ach, das geht nicht, schade Was ist hier? Herstellen Bolzen will ich herstellen, geht das? Ja, das geht Sehr cool, jetzt habe ich fünf Bolzen, oder? Richtig cool Die Bolzenwaffe Es ist also, keine Ahnung, irgendwie habe ich mich in diese Waffe verliebt Das ist eine wirklich richtig gute Waffe Junge, dein Ernst? Ich will hier nicht irgendwie Feuer spielen Handgranate Okay Komm Wir nutzen jetzt auch mal eine Handgranate hier Wo ist denn hier eine? Zack Ausrüsten, zack Und Bitteschön Boah, das hat richtig reingehauen Richtig gut Oh, der Typ ist auch runtergefallen Er ist auch Neu Du hast genug Ärger hier gemacht Verbrenn mal selber Meine Bolzen nehme ich natürlich auf Immer hier alles aufnehmen So, wartet mal kurz Irgendwie einmal kurz runterspringen hier So, Schießpulver habe ich gerade hier aufgefunden Deswegen Nehm alles auf, was es gibt, weil Es könnte ja sein Kann, ne Dass ich einfach mal einen Mangel habe, oder so Dann kann ich mir nicht vorwerfen und sagen Ach ja, du hast ja nicht alles gesammelt, oder so Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen Da will ich halt so ein bisschen vorsichtig sein So, was ist denn hier? Kann ich hier runter? Scheinbar schon Komm Äh, das war ein Schuss in den Ofen Ist ja natürlich gar nichts gebracht Ach ja Was ist das? Wir sollen zum Ufer Und irgendwann dann kriegen wir das bestimmt auch auf Bestimmt, oder? Kommen natürlich jetzt wieder mehrere Gegner Hab da schon gerade Oh, 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 oh Ey Digga Okay Alles klar Pumpe Pumpe natürlich direkt genutzt Du ekel, ey Ich wollte eigentlich gar nicht die Flinte nutzen Das war jetzt einfach so Ganz, äh Ja Das war nicht geplant, ehrlich gesagt Mit der Pumpe Aber irgendwie, wisst ihr Die denken halt einfach Die können uns so geben, Freunde Und das lasse ich mir nicht gefallen Die denken echt Die können uns geben Und das lasse ich mir einfach nicht gefallen Ganz ehrlich Wir haben den richtig gut gegeben Jetzt muss ich echt mehr aufpassen Ehrlich gesagt Ich nehme mal wieder die Pistole von uns Ihr wisst nie, was auf euch zukommt Deswegen müsst ihr immer Oder sollt ihr Ihr Zimmer ist immer Ein bisschen vorsichtig spielen Wir müssen mal ein bisschen safe spielen Ganz ehrlich So Schießpulver Ich hab alles möglich Jetzt gerade wieder bekommen Hier Zack Herstellen Äh Flintenmunition nehmen wir mal Ganz ehrlich Flintenmunition ist gut So Hier ist wieder was Immer deaktivieren Wo bin ich hier gelandet, Mann? Wir werden jetzt Wir 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 sparen tatsächlich gerade Total viel an Munition Also Falls Mal Ihr es ihr so gemerkt habt Also Wenn ihr das Spiel selbst spielen solltet Nutzt auf jeden Fall den Bolzenwerfer 100% 100% Egal was ist Moment mal Ich will mal hier oben nochmal gucken Was hier rechts war Na das ist ein Tor Verriegelt Bringt natürlich nichts Kann ich auch nichts machen Dann müssen wir halt hier weiter gucken Weil auf der anderen Seite Versperrt So Gibt es irgendjemanden Blablabla Brauch ich auch nicht Kart aktualisiert Es gibt immer diese Quicktime Oh Hi Oha Der ist mir voll ins Gesicht gesprungen Eklig Oh ne Super Hier ist ein super starker Wetten 100% Guckt euch mal Wie das hier an Hier aus Wie sieht das aus Wie ein Arena Oder so Kann du ein super starker sein Zeig dich Hier ist auf jeden Fall ein super starker Irgendwo Das sieht hier schon so voll verdächtig aus Irgendwie Wisst ihr wie ich mein Also Um was werden wir hier kommen Super starker oder so Das sieht mir so verdächtig aus Ah hier ist wieder eine Schatulle Kann ich den öffnen Nee Schade Ich soll irgendwie ans Ufer oder so Wurde mir gesagt Ich habe aber keine Ahnung Ob wir das irgendwie Machen müssen sollen Oha Wo sind wir denn hier gelandet Wir gehen hier immer weiter in die Tiefe Lol Wo sind wir denn hier gelandet Krass geil Wir sind wieder bei dem Dude Willkommen Ja hi Ähm Ich würde gerne mal wissen Haltbarkeit Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können Partner Magazin Größe von der Pumpe oder so Von Bolzen Von Bolzen auf 4 Wäre nicht schlecht ehrlich gesagt Aber Ich will das alles gar nicht so unbedingt skillen Wenn ich ehrlich sein soll Die MP5 Habe ich denn Habe ich hier echt was Was ich verticken kann Eigentlich nicht Das brauche ich alles irgendwie Wisst ihr was ich meine Ich brauche hier nichts So geil Dieses Spiel Ehrlich Boah So wartet Wir machen hier kurz ein Save Zack Hier ist ja auch noch was Was ist denn hier los Hier Sechseckiges Teilstück Ah Wofür brauche ich das denn wieder Ich gehe jetzt einfach mal hier lang Freunde Ich habe keine Ahnung Wohin das führt Ich mache es einfach Wir sollen ja zum Ufer gehen Das wurde zumindest gesagt Hier kann ich interagieren Los Hier Loll Wir Schmeißen die Leichen rein Scheiße Die sind so bescheuert Diese Zombies Loll Was war das Krass Alter Wenn wir gegen diesen Wal Oder was das war Kämpfe müssen Ist auch vorbei Ich glaube wir können hier runter Würde ich sagen Getrost runter gehen Können wir hier runter Ja wir können runter Aber das mache ich noch nicht Weil ich habe irgendwie Ich will mal wissen Wohin der Weg hier führt Hier sind so viele Sachen Teilweise Was war das denn jetzt gerade Irgendwas sind Boots Benzin Oder so Hier warte Komm Gehen wir mal hier runter Hier Dieses Resident Evil Ist einfach nur bescheuert Geil Wirklich Sagt was ihr wollt Dieses Resident Evil Hat es in sich Hier Kann ich das Boot nutzen Das wäre natürlich ultra geil Aber erstmal will ich wissen Was da oben auch ist Das wissen wir ja noch nicht so ganz Wart mal kurz Wohin Was muss ich denn machen Hier Hier rüber Schlüssel für die Kirche Hier ist ein See Und so Ich glaube Wir können mit dem Boot fahren Glaube ich Aber davor Schaue ich hier nochmal rein Bin ich denn hier gelandet jetzt Fischfarm Ach du Scheiße Mann Dein Ernst Boots Benzin Wartet mal Leute Ich gehe mal ganz kurz zurück Ich glaube Wir brauchen generell Benzin Damit wir unser Boot nutzen können Glaube ich Glaube ich gerade Ich glaube Wir können das einfach nicht nutzen Ja Es hat kein Benzin Füllt wenigstens das Benzin nach Habe ich mir schon gedacht Deswegen wurde es gerade Von dem Benzin gesprochen Ach du Schande Einfach Benzin alle Dann gucken wir mal hier Ob wir hier Benzin finden Immer wieder nett gemacht Oder nicht Ich wollte eigentlich lang gehen Shit Oh oh Oha Pistole Komm schon Digga Digga Wie viel hält der aus Nein Okay okay Jetzt wird es ernst Alles klar Alles klar Alles klar Langsam habe ich genug Ich habe keine andere Wahl Mistkerle Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf euch Die müssen unbedingt Die wollen unbedingt die volle Wucht ins Gesicht haben Einfach mit der Flinte komplett Den ganzen Kopf wegschießen Ehrlich Die wollen das einfach Unfassbar Unfassbar Ehrlich Alter Schwede Meine ganzen Bolzen Munition Das war krass gerade Ja nur drei Schuss mit den Bolzen Müsst ihr euch vorstellen Also da ist es Ist natürlich dann ratsam Wenn man dann noch Bolzen Munition Irgendwie skilt Aber dieser Rindertyp Der Typ Ey der hat ja richtig viel ausgehalten Gewehr Munition Ich habe eine Flinte Munition Aber kein Gewehr Wäre auch gut Wenn wir dann irgendwie gucken Oder wissen würden Dass man sowas freischalten kann Wisst ihr mich mein So wo ist denn das Ah ok Ich muss weiter nach hinten Der Typ hat ultra viel ausgehalten Der hat wie viel Der hat glaube ich Drei Bolzen bekommen Plus Äh Pistolenangriff Und so Ganze Munition verballert Mehrfach auf den Kopf Plus dritte Hi Sehr sehr gerne in deinem Gesicht Du ekliger Oha Junge Wie viel halten die aus? Gibt es noch einen? Ich hoffe nicht Oha Ist das ekelhaft Ehrlich Einfach durch Egal was kommt Freunde Am besten hier hoch Ein bisschen mehr Über Übersicht Oh Wartet mal Okay Das war ein Schuss Wer hat mich jetzt Von da hinten getroffen Die schmeißen hier teilweise Die schmeißen hier teilweise Das ist eklig Ich muss mich hier Ich muss echt hier aufpassen Die sind krass drauf Ohne Scheiß Ich warte noch ein bisschen Wegen Lebenspunkte Die schießen von oben Ja Viper Brauche ich eigentlich nicht Ich muss echt Höllisch aufpassen Die sind richtig krass Gemein drauf Richtig asozial Ohne Scheiß Ich muss irgendwie Hochkommen Ich weiß aber nicht wie Ist hier noch einer? Ist hier noch einer? Die springen Wahrscheinlich auch runter Und so Wisst ihr was ich meine? Die springen auch runter Ach hi Grantelbart Wow Wie bist du denn Durchgekommen? Lol Der hat es noch voll Durch geschafft Der war richtig geil Auf mich Notgeil Wartet mal Hier ist auch was Hier ist eine Falle Oder so Wartet mal Hier Ist eine Falle So Jetzt müssen wir Irgendwie mal rück Du Elender Weiß zwar nicht Von wo er geschossen hat Aber Ich werde Ich halte mich jetzt Schon mal Sicher ist sicher Das ist so geil Dieses Spiel Es macht so Spaß Das glaubt ihr gar nicht Es macht so viel Spaß Absolut Dieses Real Resident Evil Ist echt gelungen Wirklich Das ist wirklich gelungen Ich bin positiv überrascht Muss ich sagen So Jetzt holen wir uns den Spasti da hinten Ehrlich Der regt mich auch Sowas von auf Da hinten Der schießt schon Die ganze Zeit Auf mich Ehrlich Die ganze Zeit Nichts Besseres zu tun Wirklich Nichts im Leben gerissen Außer da oben zu stehen Und auf mich Guck mal da Du schießt sogar Gegen die Wand Was ist mit dir Was ist mit dir Ehrlich Triff wenigstens So Wie komm ich da hin Ich glaub ich weiß wie Können hier direkt rüber Scheinbar Was Achso Ja komm gerne hoch Du bist gerne willkommen Du bist gerne willkommen Mama Alles klar bei dir Kann man so Notgeil sein Ehrlich Lass das einfach Ihr müsst nicht kommen Um Um selbst zu sterben So Ich glaube wir müssen echt Hier durch jetzt Hier ist das glaube ich Drin Komm Kaputt machen Benzin Da Bootsbenzin Jawohl Na das ist doch schon mal was Ja Mein Hühnerei Ekelhaft einfach Direkt hier Den Körper übersäuern Und so Kaputt gehen Ekelig Ekelig Also So ein Hühnerei Würde ich auf jeden Fall Mir nicht gönnen Ein andere vielleicht schon Aber nicht so eins So Den See überqueren glaube ich Müssen wir jetzt Zurück Ab auf die Kiste Zurück Einfach zurück Können einmal nach oben Wieder Immerhin etwas Dann können wir glaube ich Unser Boot nutzen Wenn ich das richtig Verstanden habe So Das war ein großer Sprung Beine und Arme Nicht gebrochen Oder was auch immer Hier Frage ich mich Hier ist glaube ich Irgend so ein Ja ich wollte schon sagen Die ist irgendwo eine Falle Richtig gut Ehrlich Krass na wenn wir nicht Diese Waffen hätten Hätten wir das nie So weit geschafft Nie und nimmer Ehrlich Nie und nimmer 100% nicht Das wäre unmöglich Gewesen Freunde Was zur Hölle Immer schön Ins Gesicht Hier Kommen wir hier hoch Ja Und dann wieder zurück Sehr sehr gerne Ab auf die Kiste Zurück Darauf habe ich gewartet Yeah Und das liebe Freunde Wie es dann hier weiter gehen wird Das erfahren wir In einer leidenschaftlichen Folge Bei der nächsten Episode Freunde Haut rein Euer Melek Ciao Ciao Dieses Game ist Wunder 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 Schön Abon Season B port F B G Es aus Wunder Spre pronouns ist Che ießen Am F white Virt fortunately Meine bem ganz